Weiter geht es mit den originalen Marvel Star Wars Comics. Ausgabe Nummer 23, Flucht in den Zorn. Im Original Flight into Fury. Und das hier ist das große Finale, der Rad-Storyline. Geschrieben von Archie Goodwin, selbstverständlich. Wir sind also endlich am Ende dieser Storyline angekommen. Lasst es mich nochmal kurz zusammenfassen. Dieser große Gladiatorenkampf, der ja eine große Rolle gespielt hat in den vorigen Ausgaben, am Ende der letzten Ausgabe hat Chewbacca ja Han Solo erschossen, allem Anschein nach. Hier am Anfang erfahren wir, das war nur ein Trick. Han ist am Leben und er und Chewie hauen jetzt ab mit dem Preisgeld, das Chewie gewonnen hat. Und sie versuchen einfach zu entkommen, zu einem Schiff, zum Millennium Falcon zu entkommen. Und dabei verlieren sie auch das Preisgeld und es gibt ein paar witzige Momente damit gegen Ende. Luke und Leia sind immer noch bei Simon Greyshade, bei seinem privaten Schiff. Und Leia stimmt sogar zu, mit Greyshade abzuhauen, solange er Luke die Chance gibt zu entkommen. Also quasi, dass Leia sich selbst opfert, damit Luke und die Droiden entkommen können. Netter Moment. Aber wir bekommen noch mehr Zeug. Greyshade hat eine Wandlung in seinem Charakter. Er möchte jetzt selbstlos erscheinen und der Prinzessin tatsächlich helfen. Und er verbündet sich mit Mastercom, dem Droiden, seinem Assistenten. Und sie sind inzwischen zu Freunden geworden. Das ist so eine kleine Entwicklung hier drin. Es ist nicht wirklich detailliert ausgearbeitet, aber es ist okay. Und gemeinsam setzen sie sich zur Wehr gegen den imperialen Commander Strom, der ja diese ganze Intrige begonnen hat, indem er versucht hat, das Rad unter imperiale Kontrolle zu bringen. Und die beiden töten Strom und werden beide selbst anscheinend tödlich verletzt. Und es wird offengelassen, ob die beiden sterben oder nicht. Sie sind am Ende der Story beide am Verbluten. Oder im Fall von Mastercom, ihm läuft das Öl aus. Jedenfalls gelingt es Han und Chewie an Bord des Millennium Falken zu kommen und abzuhauen. Luke und Leia und die Droiden, Erzbo D2 und C3PO, haben es an Bord von Simon Greyshades Schiff geschafft, aus dem Rad zu entkommen. Aber da taucht dann Darth Vader auf. Er ist immer noch auf der Suche nach dieser machtsensitiven Person, die er gespürt hat. Und hier kommt es zu einem netten Moment, in dem Luke das Leben von Han und Chewie rettet. Der Millennium Falken wird vom imperialen Sternzerstörer unter Beschuss genommen, aber Luke nimmt erneut mit Hilfe der Macht Kontakt zu Darth Vader auf. Und Vader wird davon überrascht und abgelenkt. Und das erlaubt es dann, dem Millennium Falken zu entkommen. Und so endet es. Und auch Luke und Leia können mit ihrem Schiff abhauen. Und so endet die Story. Darth Vader ist jetzt besessen davon, diese Person zu finden. Er weiß immer noch nicht, dass es sich um Luke Skywalker handelt. Luke und Leia fliegen jetzt in die eine Richtung, Han und Chewie an Bord des Falken in die andere. Also die Wege unserer Helden trennen sich vorübergehend. Das ist das Ende der Rad-Storyline. Und es gefällt mir. Ich denke, es ist eine solide Story. Musste es unbedingt sechs Ausgaben lang sein? Definitiv nicht. Aber es macht durchaus Spaß. Es bringt einige nette Konzepte mit rein. Alles mit Luke und der Macht. Finde ich gut. Darth Vaders Auftritt hier gefällt mir auch sehr. Ich mag Simon Greyshade als Charakter. Und was hier versucht wird mit Mastercom, dass sich zwischen dem Mensch und dem Droiden eine Freundschaft entwickelt. Das war nicht so weit entwickelt, wie ich gehofft hätte. Diese Storyline. Aber es ist gut. Es ist nett. Und das wird später nochmal aufgegriffen in Sourcebooks und Artikeln fürs Internet. Finde ich gut. Finde ich nett. Natürlich würde das Rad nochmal erwähnt werden und eine Rolle spielen und auftauchen in anderen Star Wars Geschichten. Zum Beispiel in den Dark Horse Comics. Republic oder auch Legacy. Simon Greyshade würde sogar eine Hintergrundgeschichte bekommen in der Republic Comic Reihe. Ich glaube sogar in einer Story, die von John Ostrander geschrieben wurde. Und er wird erwähnt im Dark Empire Sourcebook, wo er auch eine kleine Rolle einnimmt. Also das finde ich wirklich schön. Es sind Verknüpfungen vorhanden. Es ist eine nette Story an sich. Ich würde auch diese Ausgabe empfehlen. Aber ich bin froh, dass wir die Rad-Story hinter uns haben. Denn Ausgabe Nummer 24 ist eine ganz besondere, über die ich unbedingt sprechen möchte. Nämlich die erste Ausgabe in der Marvel-Star-Wars-Comic-Reihe, geschrieben von Mary Jo Duffy. Nämlich ein Abenteuer eines jungen Obi-Wan Kenobis aus der Zeit der Alten Republik. Ausgabe 24 Schleichfahrt Untertitelung des ZDF für funk, 2017